Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi und Daniel. Heute machen wir eine besondere Challenge. Jeder von uns hat drei Papiere, die musst du ja nacheinander alle aufessen. Und wer am langsamsten war, der wird bestraft. Drei, zwei, eins. Drei, drei, eins. Drei, drei, eins. Ola, fertig! Der ist noch nie drin. Der ist noch nie drin, ne? Darf ich das unter dem Wasser dran halten? Oh mein Gott, ich will den Tropfen noch mal aufzuweichen. Okay, Maxi, ich bin jetzt kurz der Müll ein. Okay, Maxi war am langsamsten. Wenn ihr so große Fressen habt. Deswegen wird er bestraft. Okay, stopp! Oh ja, machen wir gleich. Und los geht's. Waxi, los! Aber dann zu uns ja schlucken, ne? Das war's mit der Challenge. Maxi hat verloren. Ja. Abonniert uns und gebt uns einen Daumen hoch. Und guckt euch jetzt die nächste Challenge. Gehst du den Daumen hoch? Ja. 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 Ja.